Wir, das Team im UKSH von der Peritonealdialyse, setzen ständig den medizinischen Fortschritt um und erweitern ständig unsere Kenntnisse. Wir sind Fortschritt. Es ist ein gutes Gefühl, Menschen, die jahrelang auf eine Dialyse angewiesen sind, in einem Prozess zu begleiten, hin zu einer Transplantation, die ihnen ein sorgenfreies Leben ermöglicht. Wir sind lebensverändernd.